Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf Skyly Fans & Co. Wir sind weiterhin bei League of Dimensions und befinden uns im Portal 2 immer noch und Testkammer 02. Ich glaube wir müssen gleich zu 03 kommen. So wie das Auto schaut, müssen wir hier rein und das machen wir einfach mal. Als Strafe für dein Schummeln habe ich im nächsten Test mehrere Apatheor Science Geschütztürme installiert. Du hast mir leider keine andere Wahl gelassen. Das tut mir sehr leid. Ach, die alte Wille ist so. Die schummeln ja gar nicht. Wir machen alles nach Plan. Äh, was ist das denn jetzt hier? Was ist das Mensch mit der Spinne? Achso, den kann man ja nichts anhaben. Aber man muss ja auch einen anderen Weg da rein finden, ne? Äh, ich kann jetzt nicht als Superman, als wenn man Schutzhild da reinlaufen. Ach, von da hinten. Ja, okay. Hier sind zwei Mini-Kids, falls ihr die gesehen habt. Also ich sehe sie zumindest. Auf der rechten Seite befinden die sich. Okay, wir können das hier geradeaus nicht so einfach rein. Also wir machen das auf dem herkömmlichen Weg. Ich werde dann abgeschossen, wenn ich da reingehe. Aber ich habe hier gerade was gesehen. Das will ich jetzt mal runterholen. Okay. Das ist ein Such-, ein Ortungsstein und ein Groß-Mach-Kleinstein. Ja, super. Was soll ich denn jetzt als erstes nehmen? Was sind das für Zeichner bewusst? Und die kann ich doch gar nicht erkennen. So, was machen wir jetzt? Ich nehme den Ortungsstein erstmal. So. Wo soll hier was sein? Ja, das kann lustig werden. Ich muss hier laufen und gleichzeitig aufs Vortal kicken. Das ist nicht gut. Da. Was zur Hölle? Hey, was macht dieses Ding da? Auf mich schießen? Nehmt das hier Pflege! Ah, alles klar. Der Baum hilft uns und macht die Dinger kaputt. Ist ja geil. Da hätte ich hier immer noch zwei. Was war das? Etwa ein weiteres nicht autorisiertes Test-Subjekt? Wie soll ich den Test mit so vielen Variablen durchführen? Äh, ist mir doch egal. Puh. So, wie es das jucken tut. So, aber was soll ich jetzt machen? Jetzt habe ich ja noch einen Stein. Den kleinen macht groß. Aber wo soll er hin? Und den brauche ich wieder oben, ne? Ja. Wieso ist das hier oben? So, ich muss den hier aktivieren. Na gut, dann aktiviere ich den hier mal. So, der ist jetzt genau richtig. So, von hier aus kommt man normalerweise nicht weiter, ne? Ne. Ah, da hinten ist ein Minikip. Okay, ähm... Den gehen wir hier mal weiter. Kommt hier auch nach? Ich glaube, dabei werde ich Hilfe benötigen. Was will der Würfel jetzt hier? Mal klatschen, mal drauf zu trampelt hier. Shell. Wieso brauche ich jetzt Shell? Ah, da ist die weiße Wand. Äh, und wo soll ich jetzt hinballern? Oh, ey, ich wusste es doch, ey. Nee, ich komme nicht weiter. Ich weiß, ich möchte es schon. Ja, ich bin auch gesperrt jetzt gerade. Tja, nett, dass ich wieder ins Wasser springen kann. Ich kann zwar nicht sterben. Äh, ja gut. Äh... Trotzdem frage ich mich jetzt rein, wo denn die andere weiße Wand war. Wo sollte ich mit Shell hin teleportieren? Geht nicht, danke. Ja, toll, ich habe gerade einen demoliert. Äh... Mit Shell da reingehen? Nee, ich glaube nicht, dass das richtig ist. Dann kann ich ja da... Aber gut, dann kann ich ja mal probieren. Okay, warte mal, ich mach mal, äh, mich... Ja, toll, das ist nicht falsch. Nee, du sollst normal bleiben. Verdammte Scheiße. Ich bin nicht der Held, den ihr verdient oder braucht. Also, geh jetzt. Oh nein, wo bist du bloß hin? Ich kann dich nirgends sehen. Wie konntest du nur entkommen? Du bist dir der Zoom-Funktion der Kameras schon bewusst, oder? Äh, ja, aber wo ich geblieben bin, ist, verrate ich dir nicht. Ich möchte aber hier nichts verpassen. Ich möchte die, wo die zweite Plattform ist. Äh, muss ich jetzt wieder normal werden, oder groß? Nee. So. Nee, groß. Aber das verbinden sie mich auch hier. Genial. Äh, okay, und jetzt? Wie komme ich jetzt raus? Hä, hä, hä. Kannst du mal noch da reinschießen? Hä, hä. Ist das genial? Okay, der Kleid. Ja, ich muss mir auf den Denken zu sehen, mit dem Semmelk zurück. Ist das genial? Ja, das ist ja fantastisch. Das ist funny. Äh, so. Dann wird mir der normal, dann passt alles. So, komm mal her. Ich. So, ich muss wissen. Wo ist die andere Wand? Ich muss wissen, wo die andere Wand ist. Verdammt mal. So, hier ist die Wand. Wo ist denn jetzt die andere? Ja, das bringt mir gar nichts. Ich muss wissen, wo die andere Wand ist. Geh mal dann. Ah, siehst du da unten. Wo? Unten drin, da, wo das Mönchkitte ist. Herr Toll, wie soll ich das reinschießen? Geht ja gar nichts. Nee, versuch mal trotzdem reinzuspringen. Wie soll ich da reinspringen, bitteschön? Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nur, wenn das Loch offen ist. Oder siehst du, wenn das Loch offen ist? Oh, toll. Wie kann ich jetzt da reinschießen? Geht das, wenn ich da reingehe? Oh, ist so rätselnd. Nee, kann ich nicht anvisieren. Ich kann das Ding nicht anvisieren. Oh, das ist doch nicht normal. Sehe ich hier, ein Minikitten kommt da nicht ran. Also, das kann ja jetzt nicht sein, ne? Shit. Oh, meine Güte. Wie kann ich bitte schon da hoch? Wie komme ich jetzt das Minikitt ran? Wie kann ich bitte schon da rüber? Alter Schwede. Dann sollten wir vielleicht noch mal zurückgehen. Vielleicht versuchen, von hier aus zu schießen. Man geht immer aus der Sonne. Na, sieht doch schon viel besser aus. Ja, hier muss man echt mitdenken. Also, sonst ist man verloren. So, rein mit dir. Äh, sonst geht's nur Danke, ja? Muss ich klein sein, oder was? Nein, ich muss nicht. Oh, jetzt, ja. Minikitt sei mein, danke. Ja, ich bin nämlich gerade wieder rausgeflogen. Also, erst beim ersten Mal. Die Kamera könnte da bleiben, wo ich bin. Das wäre sehr reizvoll. So. Okay, ich springe wieder raus. So. Okay, das Minikitt habe ich. So, jetzt hören wir an, auf hier zu leuchten. Sehr schön. Das habe ich bekommen. Dann ist hier noch eins, was rechts ist. Aber wie würde ich stehen, komme ich da oben ran? Ja, vielleicht nehmen wir mal kurz einfach. Aber ich weiß nicht, wie ich sonst da oben hinkomme. Und sonst nehme ich ja so eine Abkürzung nicht. Aber ich will ja dieses Sutz haben. So. Stellen dann, nehmen da oben welche hin. Und dann kommen, verraten sie nicht, wie man da hinkommt. Die sind sehr uncool. So, hier dürfte ich eigentlich nicht vorbeilaufen. Aber hier nach unten muss ich noch. Ja, ich muss erst mal das Ding kaputt machen. Das steht wohl, glaube ich, erst mal fest. Sieht mein Start an. Kann ich das Ding schieben? Aber weißt du, der ist ja nicht angezeigt. Nee, nicht, weil es ja gerne gegangen ist. Das fand ich natürlich auch. Ja, warte mal. Ich gehe mal zurück hier. Ich will ja nicht in die Schussbahn geraten. Und da drin ist was zum Zaubern. So, kommt mal her hier. Wo seid ihr denn alle? Habt ihr euch alle versteckt? Guckt mal bitte vor. So, und nicht in die Schussbahn rennen. Danke. So, hier. Mach mal einen auf diesen. Genau. Ja, wo ich die denn hinschicken soll, weiß ich nicht. Ah ja, da. Ja, äh. Das wäre ganz... Boah, Alter, ey. Die Steuern ist aber sehr gemütlich. Okay. So, was ist hier? Gut, hau mal drauf hier auf den Meter. Äh, Cyborg, Gamer, Superman. Und Supergirl. Ja, okay. Ähm, ich weiß aber... Moment, was wurde noch mal angezeigt? Was ist das? Hältst du jetzt mal die Klappe? Goldene Legewände. Okay. Goldene Legewände. Ähm, Cyborg, kommst du bitte? Wir brauchen dich mal kurz. Kann ich von hier aus das machen, oder was? Ja. Okay. Okay, dann machen wir das mal. Da ist noch ein Minichitter unten. Das ist ja, glaube ich, der letzte hier oben Raum hier. Okay. So, ein bisschen tiefer. Oh, ein bisschen tiefer, wie gesagt. So. Oh, wie es funkelt. Wie ist er süß. So. Äh, ja. So, jetzt brauche ich aber mal... Irgendwie funkt es ja noch. Aber mit dir kann ich ja nichts mehr anfangen. Okay. Äh, nee. Das Ding habe ich ja schon benutzt. Und was ist mit da oben? Hier wird immer noch Gandalf angezeigt. Ich drück erst mal Knöpfe. Ja, ich drück Knöpfe. Mach ruhig. Stimmt ja, ich muss die Dinge ja sowieso verbinden. Minikipp wird nicht mal angezeigt, ne? Weil da habe ich ja meine Arbeit bis jetzt gut gemeistert. So. Äh, ein Ding muss irgendwie noch aktiviert. Was? Ich drück den ein? Was? 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 Wie? Was jetzt? Habe ich was verpeilt hier oder was? Ah, scheiße. Müssen wir das Ding wieder raufstellen? Ich glaube. Ich glaube, da muss eine Druckplatte vorhanden sein. Okay. Ich weiß es zwar nicht, aber ich nehme es mal an. Hm. Steht das Ding richtig? Ich habe ja keine Ahnung, wo es zu oben sein soll oder nicht. Ich weiß es ja nicht. Ich vermute es ja nur. Ach so, ja, das könnte ich machen. Im Moment, dann stelle ich dich erst mal. Dann gehe ich mit. Wie habe ich denn jetzt gerade da? Okay, du bleibst dann mal hier stehen. Dann drückst du A. Ich nehme Schill. Dann drücken wir die auch A. Ja, was soll ich denn machen? Schneller kann ich nicht sein. Schneller geht es gar nicht. Das computergestützte Enrichment Center von Aperture Science gratuliert zu einer weiteren großartigen Leistung. Toll gemacht. Ich ging schneller. So, dann haben wir hier alles. Okay, Testkammer 04. Diese Testkammer ist unmöglich. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Fehlerhafte Testkammer. Und du bist auch schon fehlerhaft. Hm. So. Machen wir hier den Müll darunter. So. Oh, alter. Könnte man mit einsammeln. Das wäre echt nice. So, oben sind... Oh, wieso sind die da oben? Okay. Naja, gut. Will mich jetzt den Ding fressen oder sowas? Wie komme ich da oben in den blauen ran? Das sind drei Stück, ne? Da könnte ich doch mal wetten, dass hier so ein... äh... Portalwechselding ist. Hm. So, was ist das hier? Das ist ein... Okay, Elementarstein. Ein Wechselding. Ein Ortungsstein. Ach, du Scheiße. Ja gut, dann gehe ich jetzt mal auf die Suche, würde ich sagen. Äh... Das ist mal gleich das einfachste am Anfang. Würde ich mal schon meinen. Abgesehen vom... Absuchen hier. Äh... Okay, dann wähle ich mal die Ortung aus. So, die Ortung. Ich möchte die Ortung haben. Danke. So, okay. Dann suche ich mal. Wenn mir... Wenn das Ding rot wird, oder so, sagst Bescheid. Ich kann nämlich nicht darauf achten. Das Portal steht leider nicht vom Fernseher. Äh, aber... Das haben wir ja sehr schnell gefunden. So. Äh... Hi! Äh... Okay. Oh, du hast es repariert. Wundervoll. Als ich sagte, dass es unmöglich sei, war das ein Scherz. Teil des Tests. Du hast nicht einfach aufgegeben. Du hast weitergemacht. Obwohl du wusstest, dass es sinnlos ist. Sinnlos wie du. Ah, jetzt ist der Guter. Geil. Sinnlos wie du. Hört man nicht frech hier, ja? Das kann nicht wahr sein. Okay, jetzt brauche ich Elektro. Äh... Äh... Das haben wir... Das ist... Hehehehe. Ich kann mich echt... Da fährt hier einen Zug durch. Äh... Oh Gott, ey. So, ähm... Okay, dann kloppt man hier nochmal drauf hier. Zack. Und dann wählen wir jetzt hier den Elementarstein aus. So, den brauche ich nämlich jetzt. Ähm... So, ich muss erst mal zu Elektro wechseln. Bin ich da? So. Äh... So, dann machen wir hier einen auf diesen. Weil ich glaube, ich muss das auch wieder in... Passender Geschwindigkeit, glaube ich. Ähm... Also ein bisschen gesagt, das Timing muss ich glaube ich genau abpassen. So, der muss jetzt hoch hier. Und nicht... Ähm... Ja... Und da hinten muss der sowieso ankommen. Und dann passt es ja. So, naja, das ist nicht fairer. Äh... Das wird jetzt ein bisschen sehr kriminell, aber jetzt wird es schwierig. Ja, jetzt brauche ich nämlich, glaube ich, die, ähm... Äh... Elementarportal... Dingsbums. Äh... So. Dann wählen wir mal jetzt das hier aus. Okay. Und jetzt muss man sehr schnell von einer Seite zur nächsten wechseln. Aber ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. So. Ich bin Supergirl. Ich nehme mich nicht runter, weil die brauche ich nämlich auch. So. Weiß. Ich glaube, ich habe es geschafft. Wahnsinn. Mach ich gerade. Geil. Ich habe es gut geschafft. Wunderbar. Habe ich nicht gedacht. Jo, super. Prima. Freut mich. Ja, 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 ja. Also. So. Äh... Ist hier noch was? Nee, ne? Oh, doch. Was mir nicht schmecken tut. Ich bin die ganze Zeit verobachtet hier. So. Wie ich von einer Plattform zum nächsten gesprungen bin. Das so bravios. Ich habe es geschafft, ohne zu failen, ey. Ich glaube, es ist ja alles nicht geschafft, ohne zu failen. So. Äh, okay. Ähm. Okay. Ich gehe mal gleich in den nächsten Raum. Dann müssen wir mal die Aufnahme stoppen. Hier wird dann nichts angezeigt, ne? Ja. Okay. Dann bin ich jetzt schon mal sehr zufrieden. Okay. So. Mal sehen, wo wir jetzt landen. 05. Für den nächsten Test wurde der Raum mit Wärmeleitstrahlen ausgestattet. Zum Schutz der Gesundheit soll der Kontakt mit den Lasern angeblich vermieden werden. Die Abteilung für Gesundheitsschutz ist allerdings geschlossen. Deshalb ignorieren wir solche Hinweise. Sehr witzig. Ja. Alles klar, liebe Leute. Hier machen wir dann mal weiter mit der komischen, humorvollen Tussi da. In der Testkammer 05. Machen wir dann weiter. Äh. Ja. Wenn euch der Part gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen. Und über ein Abo auch. Dann werdet ihr das nächste Video benachrichtigt. Benachrichtigt. Ja. Zum Beispiel hochdrehen. Ja. Alles klar, lieb. Bis dahin. Sagt euch den Gabel. Ciao, ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.